Hi Ladies! Ricarda hat sich von mir ein Pin-Up Outfit gewünscht und wie ihr seht, habe ich dir diesen Gefallen getan. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die adaguerischen Deals und Sales, dann klickt ihr einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details zu den Sales, damit ihr nichts verpasst. Ricarda gibt demnächst eine Rockabilly Party und als Gastgeberin sollte oder muss man einfach im Mittelpunkt stehen und der Blickfang von allen anderen sein. Und damit sie es auch wirklich, wirklich ist, habe ich euch hier ein wunderschönes Pin-Up-Kleid in den 50er-Jahres-Stil herausgesucht, wo sie ja strahlend im Mittelpunkt stehen wird. Denn schaut euch mal diese wunderschönen Details an. Erstmal dieses Blümchenmuster, was sich um komplette Kleid herumschmiegt. In diesem schönen Kontrast zu diesem Türkis und den Blütenfarben Rot, Gelb, Grün und Weiß. Ein Hingucker. Damit das Ganze aber nochmal getoppt wird, ist der Nickholder und der Postierbereich in Rotkontrast gehalten, damit a. erstmal der Rücken und das Postier schöner vorkommt und schlanker aussieht und im Talienbereich durch die Schleife der Detail richtig schöner herausgebildet wird und euch eine Figur zaubert, die mehr als nur sexy ist. Und damit das Ganze auch noch richtig perfekt sitzt, ist am Rückenteil ein ist halt elastisches Band angebracht, damit es wirklich, wenn ihr es anzieht, sofort passt und ihr nicht immer quasi daran rumzupeln müsst. Und hier habt ihr ein Kleid, was typisch 50er-Jahre ist und an euch zu 100 pro sehr, sehr lecker und sexy aussehen wird. Aber das Kleid ist zwar schön und gut, die Accessoires dazu müssen aber stimmen, damit es wirklich im Stil der 50er ist, vintage ist und nochmal viel, viel schöner an eurem Körper aussieht. Denn zu so einem Kleid ist Pflichtprogramm ein Pettikur. Beim Pettikur gibt es eigentlich gar nicht so viele Fehler, die ihr machen könnt. Grundsätzlich, wenn ihr schwarz oder weiß zu Hause habt, dann habt ihr quasi eigentlich schon mal für fast jedes Outfit abgedeckt. Also bei diesen Farben, da kann man nicht viel verkehrt machen, außer euer Kleid hat wirklich eine special Farbe oder Muster, dass es dann nicht passt. Aber grundsätzlich bei schwarz oder weiß habt ihr bei jedem Kleid schon mal fast alles richtig gemacht. Und wenn ihr euch eins kauft, darauf achten, dass ihr Qualität nehmt, denn nicht diese für 10 Euro. Das ist nur ein bisschen Stoff, da ist kein, da ist nicht dieses Volumen da. Denn das ist genau das, was ein Pettikur ausmacht. Dieses viele Tüll und Stoff, damit dieses, das Kleid unten richtig schön ausgestellt ist und jede Bewegung von euch unterstützt. Und wenn ihr euch dieses Pettikur mal in Ruhe anschaut, werdet ihr sehen, auch an den Bewertungen, top. Und damit habt ihr das Kleid quasi erstmal nochmal eine Etage höher gehoben, um euch wirklich sexier aussehen zu lassen und im 50er Stil daherzukommen. Aber die Accessoires leben von Kontrasten und deswegen bei so einem Kleid empfehle ich euch einen Pump wie diesen hier. Diese rote Farbe spiegelt sich im Postierbereich, im Neckholder und in den Blüten wieder. Und ganz wichtig, es sollte kein glänzender Schuh sein wie dieser hier, sondern, also eher wie dieser hier, so ein matter, saturnähnischer Ton. Und dann habt ihr quasi nicht den Mittelpunkt auf euren Fuß, sondern immer noch aufs Kleid. Aber der Pump tut sich perfekt mit eurem Kleid verbinden und gibt eine Symbiose, dass es ein Ganzes ist. Und damit bekommt ihr auf jeden Fall einen wunderschönen Fuß, ein ewig langes Bein und wirkt zum Beispiel viel, viel schlanker. Und ganz wichtig, bequem muss er sein. Denn 50er Jahre, Rock'n'Roll, da wird getanzt bis in die Morgenstunden. Und da habt ihr bei diesem Schuh, der eine wunderschöne Höhe hat und bequem ist aus diesem Material, perfekt. Schaut es euch nur an, ihr werdet hier wirklich zu 100% richtig liegen. Und jetzt kommen wir zu den E-Pünktchen, dass das Ganze nochmal richtig abrundet. Denn was ja jede Frau einfach immer dabei hat, ist eine Handtasche. Und bei einer Handtasche ist es wichtig, darauf zu achten, dass es ein R-Rounder ist, dass man das zu mehreren Outfits kombinieren kann und genügend reinpasst. Und da habe ich hier eine Handtasche rausgesucht, im gleichen Farbschema, auch dieser matte Ton. Also darauf achten, dass es nicht so ein glänzendes Leder ist, sondern lieber so ein bisschen Saturn-abgemattetes Leder oder auch Stoff. Bei diesem hier ist es ein Leder, was matt ist und natürlich in der gleichen Farbkombi. Und dann habt ihr hier eine Handtasche und ein Outfit, was das so abrundet und perfekt in diesem 50er-Hahrestil ist, dass ihr wirklich einfach im Mittelpunkt steht. Dazu empfehle ich aber noch, roten Lippenstift hier mal wirklich richtig draufknallen. Ich weiß, die Männer mögen das vielleicht gar nicht so oft, wenn dann der Lippenstift beim Küssen oder so dann überall irgendwo ist. Aber wenn ihr wirklich hier nochmal einen roten Lippenstift dazu tragt, I love it. Und wenn ihr, wie Rikala, so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr ausseht und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und dir zugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?